Mein Name ist Toni Polster und ich habe eine Frage an dich. Warum macht ein Österreicher die Rotweinflasche immer auf der Seite auf? Hört drauf, steht Bordeaux. Also, zeitlich. Verehrte Sachsen in Sachsen, ich fordere von der Regierung Schröder die Verlagerung des Bundeslandes Sachsen nach Kanada und in Hudson Bay. Ich suche Hans und Achim Demmer. Wenn du auch auf Q-Tips stehst, dann... Gehen zwei Fußballer an einer Kneppe vorbei. Die würden nie vorbeigehen, nie. Die würden immer hinein in die Kneppe. Hau. Hau. Ich heiße Bierpreis. Bierpreis. Ja, das weiß ich auch. Das mach ich jetzt auch mit. So. Also gut, ich bin der Winnetou. Jeterhand. Halbkling der Apachen. Nutzbruder von ihm. Ja, und wir suchen den Schatz im Silbersicht. Ja, weil er ihn wieder verschlampt hat, der Typ. Hey. Ich schlug dich in meine Bärenfalle, du Stück. Ich such eine Kiste zum Draufstellen. Ich schlug dich in meine Bärenfalle.